Musik Ein alter Spielplatzbereich an der Straße zum Langenloh in Beckum wird jetzt ein Baugrundstück. Einwände aus der Öffentlichkeit gab es nicht. Lediglich Ratsherr Heinrich Stücken gab zu bedenken, dass sich die Demografie wieder wandelte. Da wäre ein Spielplatz im Siedlungsgebiet wünschenswert. Da dieser Platz aber schon lange nicht mehr genutzt wird und sich ein neuer Spielplatz in der Nähe der Grundschule befindet, stimmten die Bauausschussmitglieder der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Hohlwinkel zu. Im Bereich der neuen Wohnbebauung befinden sich Versorgungsleitungen und von Seiten der Westnetz GmbH kann auf die dortige Mittelspannungsanlage nicht verzichtet werden. Daher wurde bereits mit dem Bau einer neuen Anlage direkt vor der alten begonnen. Gebaut werden darf dort auf dem Grundstück ein zweigeschossiges Haus mit Spitzdach. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.